Derargir Ugh Wo, hatte ich denn noch nen Safe. Da. Das ist aber kein cooler Safe. Da war ich nämlich gerade erst in diesem Kabuff drin. Okay, geht los. M canceleds Og mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ... Es gibt so Sachen, da wir echt welches mein Leben vor war. Zum Beispiel Gothic 3, das ist so ne Sache, da weiß ich welches mein Leben war, bevor ich es aufgenommen habe. Also, das ist ja jetzt schon so präsent in allem einfach. Könnt ihr euch noch an diesen Geister-Lucky-To erinnern? Ich habe ihn gegessen. Maddy, mach mal weniger Slowdowns. Mach mal. Alle Sätze mit mal sind sowieso scheiße. Mach mal dies und jenes. Acht! Das Gamepad ist gleich tatsächlich kaputt, wenn das noch so weiter geht hier. Da war ich gerade richtig stinke. Ich habe da gemerkt. Das ist, das ist Qual. Das ist echt eine Qual. Ich glaube, als ich, als mein Schloss kaputt war, war ich nicht so sauer wie jetzt. Doch. Oh, da war ich ziemlich sauer. Da war ich ultra sauer. Aber jetzt bin ich auch sauer. Vor allen Dingen, das ist einfach nur Kaizo recycelt und dann Clickbait, indem die den Namen von Dram da reingemacht haben. Und wat nicht, alles. Tut mir leid, Leute. Leute, die Stelle hier ist. Wie soll das gehen? Verdammte Scheiße. Wie soll das gehen? Oh, ja, endlich. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es echt. So. Slowdowns. Das muss alles frameperfekt sein jetzt hier. Das ist nicht sein Ernst. Das ist... Wenn du meine Sprache sprechen kannst, ich sage es dir. Du bist ein verdammtes Muttersöhnchen. Söhnchen ausgelutschtes Weichei. Okay. Sollen wir so weiterspielen? Ding, 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 ding. Natürlich. Wie hätte ich auch wat anderes erwarten können? Ne. Da rechts neben der Pflanze sicher wieder ein Keulenblock. Nein, ist noch nicht mal. Das ist ja wat Neues. Okay, jetzt weiter geht's. Mit Slowdowns. Aus der Hölle. Moin. Oh, das fand ich ja im Original schon so scheiße. Nee. Okay. Okay. Dann kann ich hier rüber rollen. RALLEN. So. Okay. Was steht hier drin? Du musst nicht auf der Plattform zu schießen, um das Monster zu schießen. Du wirst wissen, welche Plattform, wenn du da bist. Moin 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 Moin. Minus Minus. Und weiter geht's mit Slowdowns. Da ist ein Coin... Das mit den Coin-Blocks wird auch langsam mehr, ne? Hast du gemerkt? Äh. Scheiße. Uiuiui. Okay. Ich hab keine Ahnung, warum. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich... Oh Gott. Das ist unglaublich. Bin mal gespannt, wie ich das schaffen soll. Invisible Coin Blocks. Hier, da, noch ein. Noch ein. Jetzt den neuen Arm. Okay. Das ist alles pixelperfekt. Alles. Ich glaube, ich hab's hiermit schon verkackt. Oh, ja. Ich weiß doch, dass da ein Invisible Coin Block ist. Das musst du mir nicht immer wieder sagen. Ach. Wie soll man das schaffen? Mit dem Coin Block da. Das, das versteh ich nicht. Also das, das ist unmöglich. Das ist echt unmöglich. Ach. Ja! Nein! Oh, scheiße. Okay, der ist es. Der ist es. Warte mal, hab ich das eigentlich richtig gedrückt hier? Off ist richtig oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Ich muss hier nochmal nachgucken, wie das funktioniert. Bis nachher. Moin! Bin wieder da. Wir müssen das alles nochmal machen. Äh, wir haben ja ein Midway Point. Ist alles in Ordnung. Wie, es ist noch alles im grünen Bereich hier. Moin! Dann können wir hier rein. Moin Tag. Moin! So. Und dann machen wir mal lieber hier wieder das langsamer. Und wenn das mit langsamerer Musik ist, ne, dann hört sich das an wie so ein Swing-Ding. Swing-a-ling. Lecker. Suse aus dem Chevy. Geil. Öff. Okay. Dann hier so rüber. Ach, das war die Geschichte. Offensichtlich hat derjenige übrigens, der diesen Hack gebaut hat, da auch direkt einen Tool-Assisted-Speedrun zugezeigt. Tool-Assisted-Roll. Sonst würde das ja hier wieder eine Woche dauern. Das hatten wir letztes Mal nicht gewonnen. Wieso? Ich habe doch gewonnen. Was stelle ich mich denn so an hier? Männchen-Skinder! Okay. Und... Und... Blu... Blu... Minus... Das ist... Das ist... Eieieiei. Oh. Das ist einer der ersten Hacks, die ich ohne Slowdowns nicht durchgekriegt... Durchspielen kann. Ich habe das noch nicht mehr berührt. Ich bin da von der Seite gegen. Das zählt nicht. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Wie lange... So. Okay. Na? Macht es euch noch Spaß? Was? Scrash! Kapuzen! Okay. Äh. Ich... Weiß, dass es ohne Slowdowns womöglich etwas cooler aussehen würde. Aber... Nö. Nee, falsch. Okay. Ich kann euch, wenn ihr... Richtige Rallung sehen wollt... Empfehlen... Guckt euch den... Tool-Assisted Speedrun dazu an. Das... Das... Oh, ja! Das ist... Echt... Ich glaube, das reicht nicht. Das reicht nicht. Oh, alles nochmal von neuem. Scheiße! Nochmal von neuem. Das ist okay. Machen wir nochmal von hier. Ist gut. Machen wir nochmal. Alles nochmal neu. Das schlimmste sind die Invisible Coin Blocks. Das Allerschlimmste. Das hat ja mit Können nichts zu tun. Da musst du einfach nur wissen, dass die da sind und dann drumrum springen. Ich meine, wenn du es vorher wüsstest, ne? Aber von Try-to-Try wird es doch besser. Ne, wisst ihr was? Leute, ich habe heute keinen Bock mehr. Ich mache das nicht mehr. Bis morgen.